Musik Bocholt bewirbt sich erstmalig an dieser Aktion, weil wir uns gedacht haben, wenn nicht Bocholt, wer dann? Bocholt ist, wie Sie alle wissen, viermal fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands geworden. Wir sind Klimakommune, die Fiezen gehören zum täglichen Bild in unserem Straßenverkehr und ein Großteil der täglichen Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ich darf Ihnen sagen, dass wir bis heute 1300 Anmeldungen haben, die aktiv für die Stadt Bocholt radeln wollen. Ich dachte, dass das Kinker zwischen ist. Ein Auto, schnell so fehlt noch. Was? Bitteschön! 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 Sofort! Und Gott dran gemacht! Schade! 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 Bitteschön! 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 Und dann hier über Holland, den Abalo, wieder zurück. Musik 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.